Ja, herzlich willkommen zu Dukir, bei den kleinen Kindergartenkindern. Und scheinbar hast du den nächsten Link gefunden. So, wir müssen erstmal... Wo müssen wir denn jetzt hin? Sammeln-Opinels und ähm... ...zu Kyles Haus. Okay... Du hast geschlagnet den verletzten Frost-Giante. Ich stehe in all of you, Hero. Oh, er nennt uns Hell. Hey, wenn du noch jemanden besuchen möchtest, kannst du zu mir erst, okay? Jetzt verklagen jeden, und zwar alles. Ähm... Es gibt ja auch ne Folge, da hat jeder jeden verklagt, und die Schule ist irgendwie pleite gegangen, und er war reich. Kyles Dad. Ach ja... Wenn es nicht irgendwie 18... Alter, macht doch die Glotze aus. Wenn es nicht irgendwie 18 Staffeln geben würde, würde ich mir noch mal alle reinpfeifen. Aber 18 Staffeln zum... Ich glaube, das bedeutet, dass wir jetzt Freunde sind, aber ich mag dich noch nicht, neuerer Kind. Oh. Der Welle von Inseid... Der Welle von Inseid... Der Welle von Inseid... ...sagt, dass dein Zukunft ist cloudig. Mann, du bist für die Mädchen... Oh, okay, das ist für... Hey, du bist für die Mädchen... Hey, du bist für die Mädchen... Wo sind die Mädchen? Vielleicht würdest du die Services von einem Level 10 Bard? Doe du halt... Dass du w... ...es Pfeif factionsvorgfal serviert und börderst. Hallo? Ha... Nehm ich Welt mit nichts? Wir Elfen verkaufen ist das bietenste Magdurch. Ja. Was hast du an Waffen? Müll, 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 Müll. Ah ja, er hat Müll. Das guck ich mir gar nicht erst an. Dann reden wir mit dem Juden. Everyone listen up! Die Mädchen haben agreed to fight by our side! Ja, ja! Die Piraten und die Federation-Faktionen sind auch standing by the fight as well, mein Herr. Dann ist die Zeit für die Gespräche vorbei. Lass uns alle Haste für Kleinshaus! Fuckin' Clyde. Today, we are not elves and humans. Today, we fight as one! What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come! Ja! Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons! Let us delve their dungeon with swords and sorcery! Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons! Also, now also. Kevin, God damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of Justice, prepare! Ready! And let's beat up Clay! We're coming for you, Clad! Ow! I'm hit! They, they tore my costume! I worked really hard on it! Is there anything you can do? Let's tear these jerkies, I'm a new asshole! Only a paladin can help you here, Dishbeck. You take the tower from the inside! Me and the pirates are going to scale it from the outside! I'm at the outside! Surrender or die! I'm going to kill you! Das hat ja wirklich funktioniert. Wie geil ist das denn? Au, fuck me, that hurts! Au! Nur ein Paladin kann dir hier helfen, Dichbeck. Der letzte, ach, Begleiter verzogen. Was? Das wird nur schuldig. Ja, sicher. Da geht's, Al. Fuck yeah, fucking die Ratten! Bleib zurück! Das ist für meine Brüder, Du früßes Fuck! Fuck, du Leber! Scheiße! Scheiße, Nazi von dir, Ratten, whatever. Bitte nicht mich fragen, Homie! Wenn deine Waffe flinkt oder klicke mit dem Maustustrum und Dürfen oder wie mehr ist, putzen. Wurz. Oh! Schnell! Der eine ist schon mal tot. Das tut gut. Und Butters, ähm... Ein Stück schnell, ah, und D. Das ist ein Löffel und ein Blicks. Bei der Hammer und Betisch! Oh, ich bin sorry. Wippe! Man hätte sich auch noch anders töten können. Das sieht man aber so. Das Spiel ist vielfältig. Der ist doch tot. Uh. Ich geh nochmal raus. Ich geh mal raus. Wir können uns das nicht irgendwo hin tun. Mach das mal auf. Mach das dann noch mal so. Dass theoretisch unsere anderen da noch mit rein können. Was? Das bringt einfach so schade. Es wird auch keine Hilfe. Können wir hier rein? Ja, können wir. Alter, wie viele Wege es gibt. Es gibt ja so drei Möglichkeiten, hier reinzukommen. Aha, schau mal an, wo wir sind. Ich gehe nochmal raus, gucke mal den anderen Weg an. Weil das ist doch schon mal interessant. Das Feuerzug ist wieder da. Zu sehen. Wo komme ich hier raus? Oh, ich gehe dann doch lieber wieder zurück. Denn von oben habe ich theoretisch eine Vielfalt, das ist eine andere Möglichkeit. Ja. Und als erstes jetzt gerne wieder mich groß, dann hätte ich ganz gerne schießen. Lass uns mal schauen. Werte, das schlau, die könnten hoch. Vielleicht lasse ich das erst einmal. Wir sind der Dark Lord's mightier Cyclops. Du sollst nicht passen! Nice job, douchebag! See you at the top! Nein, er hat den Firstriss. Ach, schau mal hier. Mein Fuß geht auf deinen Ass! Au. Wo ist der? Nein, nicht mehr. Oh, Schild. Ähm. Hm. Gut. Ah, fünfmal blüten. Das ist geil. Oh, Professor Kursch. Wir sehen uns, wie du es mit mir möchtest. Was gibt uns das Schicksal heute? Äh, Schild. Gut. Du bist dauer. Gut. Du bist dauer. Oh, jetzt ist's. Oh, das wär's dann mal. Der Der Er 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 Fluten vor allem. Soll ich so. Hättet er stehen. Toxic. Ja. Okay, hätte man natürlich auch so wieder machen können. Warte, 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 warte. Ähm, na, so. Äh, war das schlau? Bring's! Clyde will reward us greatly for your death. Gah! Hey, I'm lucky! Soll, loll. Wooh! Was ist das denn für einer? Ja. Konzentriert du dich erst mal auf dein Leben, ne? Guck mal, der hat den hier nur einmal gehitzt und fügt vier Bluten hinzu. Das ist doch mega geil. Ähm, so, nachdem wir uns da geheilt haben, Professor Chaos bitte. Ah, der ist hier ziemlich geil. Let's see how you like dealing with me! Schild. Schauen wir mal wieder. Gut. Langsam, ach komm. After and after. After and after. I remember you glue. How. Your strength gives me, Master. Oh, too powerful. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich habe so viele neue Sachen. Kann ich da hintergehen? Nö. Schau mal. Das ist... das ist draußen, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten da reinzukommen. Boah, ist das geil! Kann ich eigentlich die Raketen zünden? Das wäre so toll. Ich will ein Feuerwerk. Hello, mein Guerlian. Oh, schon mal geht das nicht. Äh, hier hätte ich ganz gerne... Na, was bin ich am Klettern? Da geht das natürlich nicht. Schönen Tag! Äh... Achtung! Das war vielleicht nicht unbedingt... Schau, Nazi-Kätzchen! Oh, Nazi-Kätzchen! Ich will das nun nicht. Ach so, ich muss das mit dem... Jawohl! Jawohl! Nein, es muss doch einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben, oder? Ach du, lieber! Sch... Autsch! Ha... Ich fang mal mit dem Kätzchen an. Ach du, lieber! Ach du, lieber! Schon mal, der andere ist direkt weggelaufen. Ist das nicht cool? Let's see how you like dealing with me! Ja... Was gibt uns das Schicksal, Leute? Denk Chaos gemacht? Ja! Scheiße! Scheiße! Alle betont! Mein Gott! Das ist schön! Raus! 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 Schnell! Das Schöne ist auch, dass die halt rausgehen. Ähm... Mit der Winken raus, dass du, wenn der Blitz-Butter-Summer trifft. Okay... Feel that righteous fury! Mein Unleben! Ja... Ohne einmal... Gehütet worden zu sein. Ist das nicht toll? So... Oh, ein Hoppel-Häschen! Ich will zum Hoppel-Häschen! Oh... Komm mit! Ich zeig dir ein Eck! Echtes Hasen! Hehehe... Das ist jemand, der bachet Brannis. Oh... Schau mal! Wir haben deine Beine! Piraten! Hilf den Kommandärin! Oh... Dankeschön! Ich zeig dir einen echten Hasen... Ach, wie toll! Bitt, du hattest, Junge? Okay, hier ist der Plan! Man, attack each tower and raise the gate so we can get into Clydes Lair! Maplebeard, clear the path! Yay! Fuck you! What are you looking at? Look, he's crying... Eh... Batas... I don't know... Let's take a look... Let's take a look... Let's take a look... We have all the guys in the room! Oh, that's a big deal... That's why Nagasaki... Welch, there! We are already there! Go! Heizzer-Degelhöhe... So was gibt's? Ah... Self-dorfen könnte ich da jetzt theoretisch eizes.... Ich würde schätzen ja als... Äh, Wichtel? Obwohl, vielleicht nicht, weil ich dann alleine drin bin. Ist das ein Schuh? Das ist ein Schuh. Ist das ein Schuh drin? Das ist ein Schuh. Come on, yes. Cool. Jetzt kommt dort nochmal die... Jetzt kommt der Ratz dahin. So. Klasse. Äh, äh, ach so. So. Äh, hier ist dann nochmal drin. Und bevor mich jetzt irgendwer anlabert... Was haben wir hier? Ich bin überlegt bis zu 400 Rüstung. Ablegen. Anlegen. Was haben wir hier? Fügt bei Befehl 100 Schaden hinzu. Das ist bad. Ändern. Hier haben wir nichts Neues. Was? Jeweils 80 Rüstung. Du erhältst 10 MP, wenn du einen Gegner tötest. Okay. Du erhältst ein Schild für zwei Treffer, wenn du einen Feind K.O. schlägst. Äh, okay. Fähigkeit erfüllt, wenn du einen Feind K.O. schlägst. Äh, äh, Ablegen. Ach, hier. Du erhältst ein Rüstung für zwei Treffer, wenn du einen Feind K.O. schlägst. Ähm. Auch wenn es ein bisschen besser ist. Das ist jetzt, äh, wenn wir uns nicht perfekt, ne, aha. Okay, die Rüstung lasse ich mal so. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Mal schauen, was haben wir hier. Oh, oh, oh. Oh, oh. Uh, uh-huh. Alright, äh, first off. Oh, okay. Ah, so die Töckchen ist nicht weg. Ich kann ihr so auch nicht helfen, das heißt, ich muss jetzt gegen die Kuh kämpfen, oder was? Ich würde als allererstes mal mit furzen. Bluten hinzugefügt, jetzt würde ich ganz gerne einen Chaos-Mantle haben. Mal sehen, wie ihr mit mir fühlt. Das war so schlecht. Dann würde ich mal sagen, dann stimmen Bullen, denn... Knoppenfläche nützt ja nichts, wir haben ja schon drüben. Ja, ja, und dann weiter, ja. So, was hat Bottas noch auf Lager? Wie wär's mit dem Hammer der Gerechtigkeit? Bei der Hammer der Gerechtigkeit! Komm schon! Das war die meiste perfekte Frau, die ich je gesehen habe! Warum kämpft einen, Craig, wenn du fünf kämpfst? Armee? LOL! Ich habe mich verletzt mit Splash-Damage, Clyde sagt. Ja, super, alle haben natürlich Leben. Äh, der ist schwarz. Der ist schwarz. LOL, wieso ist der schwarz? Ah! Ehh! Ich wette was... Nooo... Was? Nein, schliessen. Clyde hat uns von eurem Geist. Du nimmst mal bitte ein bisschen... Warte mal, wo das Mana... Nein, was war... Was war denn das? Stärke... Nein... Macht... Ja... Clyde hatte eine viel cooler Basis, also habe ich getan, was ich musste. Ich weiß nicht... Ich bin nur ein Bull... Mit dem Blue Bull solltest du Professor Chaos wiederholen können. Auuuuh... Let's see how you like kill it with me! Das ist ganz schön! Oh... Ähm... Oh... Was? Ja! 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 homeowners Jaguar, euch geldt! ater will ich schlafen! Aber es ist nicht so, was es ist. Die Justiz hat euch heute Abend gefordert, Craig! Hier, schaub auf! Komm, wir sind fast zu klein! Dann gucken wir es nochmal in unserem Inventar um. 110 gegen 150, ist ja logisch. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, die Kombi, aber hey. Ähm, abwegen, äh, ändern. Was hatte ich an? Ich weiß es nicht. Das hier, das hier. Ich hoffe mal, dass es das Beste ist. Ich möchte jetzt noch nicht nochmal alles durchgucken. Hm, nicht da. Äh, ich gehe mal hoch, aber erst in der nächsten Folge, denn wir sind auch schon wieder bei 24... 24,5 Minuten. Nichts weiter geht es mal in der nächsten. Bis denn, ciao.